Aha war ein König der altegyptischen Erste Dynastie und regierte um 3000 v. Chr. Name und Identität. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Art und Weise, wie Ahas Seereichname gestaltet ist. Bei genauerer Betrachtung ist erkennbar, dass die Füße und Kallen des Horusfalken in den Seereich hineinreichen und daher der Horusfalke Schild und Keule selbst festhält. Unter Ägyptologen gibt es deshalb um diese Namensdarstellung eine lebhafte Diskussion, da eine mögliche tiefere Symbolik dahinter vermutet wird. Unter Aha ist erstmals die Verwendung des symbolischen Nebteinnahmens als Bildpaar in Verbindung des Könignamens belegt, das unter Semazet wiederum erstmals in Verbindung der Königstitulatur auftaucht. Gleichsetzung mit Menes Aha wird von einem Teil der Forschung mit dem legendären Menes identifiziert. Für diese These spricht der Kairo-Stein, dessen Inschrifthinweise darauf liefert, dass zwischen Aha und König Scher noch ein anderer Herrscher für sehr kurze Zeit regiert haben muss. Da König Scher auf dem Kairo-Stein als Iteti bezeichnet wird, bliebe in diesem Falle der Name Meni nur für Aha übrig. Da, Teti ein eigenständiger Herrscher zu sein scheint, gegen diesen Punkt spricht, dass der Kairo-Stein hinsichtlich der Nennung von Kartuschennamen mit größter Vorsicht zu betrachten ist. Denn die bloßen Erwähnung von Kartuschennamen ist ein schwerwiegender Anachronismus. Was dazu lebt, seiten Ahas diese Titulatur unbekannt war, Elfenbeintifelchen aus Ahas Grab nennen erstmals das Hieroglyphen-Symbol RNPT, dargestellt durch eine kahle Palmrispe. Damit sind auf Ahas Etiketten die ersten Kalendereinträge der ägyptischen Geschichte überliefert. Das könnte ausreichend Anlass geboten haben, dass die Ägypter späterer Epochen in Aha einen Begründer der Annalen und damit den Initiatur für die ägyptische Geschichtsschreibung sahen. Dagegen spricht, dass Stone-Siegel aus dem Grab von Königin Meridnith, der Gemahlin von König Vajji, die Namen Nama, Aha, Ger und Vajji auflisten. Die Herrscherregel beginnt also gar nicht mit Aha. Dieser wurde also zu Meridniths Zeiten nicht als erster Regent Ägyptens betrachtet. Man darf auch nicht vergessen, dass das oben erwähnteren P-Zeichen als Symbol für Jahr erst in späterer Zeit kalenderische Bedeutung erlangte, als es um das Erfassen verwaltungstechnischer Datenzwecks Steuererhebung und Ahnenehrung ging. In Sakara befindet sich die Mastaba S. 3357, in der Gefäßfragmente und Elfenbeinetiketten mit dem Namen des Aha gefunden wurden. Diese Mastaba ist eine der ältesten ihrer Art und Sakara war die königliche Nekropole von Memphis. Da hier kein Herrscher aus der Zeit vor Aha erscheint und Menes als Gründer von Memphis bezeichnet wird, scheint es nahe zu liegen, dass nur Aha für die Gründung von Memphis verantwortlich sein kann und deshalb mit Menes identisch sein müsste. Gegen diesen Punkt spricht, dass der Gründer einer Hauptstadt nicht zwangsläufig auch in der örtlichen Nekropole bestattet worden sein muss. König Chase Chemui beispielsweise regierte in Hierakenpolis und Memphys, wurde aber in Abidos bestattet. Gleichsetzung mit Tetei Eine Reihe anderer Forscher tendiert dazu, König Aha mit Tetei gleichzusetzen. Die These stützt sich dabei auf den Kairo-Stein, der den dritten bekannten kathurschen Namen Itetei für König Shea reserviert. Da Aha der direkte Vorgänger von Shea war, ordnen einige Ägyptologen den Namen Tetei. König Aha zu, dies blieb nicht unwidersprochen. Die Ägyptologen Werner Kaiser und Günther Dreyer haben die Vermutung geäußert, Tetei könne mit Königin Naotep identisch sein. Hierbei wird angenommen, dass diese Königin als eigenständige Regentin die Staatsführung für ihren Neffen, König Shea, übernahm. Da dieser noch minderjährig und somit zu jung für das Königsamt war, unterstützt wird diese Annahme durch den Eintrag des Namens Tetei im Turiner Königs Papyrus, wonach Tetei nur ein Jahr und 45 Tage regierte. Familie Verheiratet war Aha möglicherweise mit den Damen Naotep und Bunere, beide aber sind in ihren Identitäten und Namen in der Forschung sehr umstritten. Die Namen von Ahas Söhnen Jer, Rechit, Heti und Sesit erschienen in Grabstätten bei Nakwada, Abedos und Sakara. Regierungszeit Regierungsbeginn Ton Siegelin Schriften aus den Gräbern der Königin Meridnith und des Königs den aus Abedos enthalten die ältesten bekannten Königslisten von Herrschern der Erste Dynastie, die Vorgängerkönige werden allesamt bei ihrem Horusnam genannt. Erster Herrscher dieser Listen ist Nama, auf den unmittelbar Aha folgt Aha war demnach zweiter Herrscher der Eins. Dynastie Innenpolitik auf mehreren Tefelchen ist ein Besuch des Heiligtums der Göttin Nahe verzeichnet. Dieses Heiligtum befand sich im Nordosten des Nil-Deltas bei Sens, wo sich bereits ein fester Kultort um diese Göttin gebildet hatte. Des Weiteren ist auf einem Jahrestäfelchen die erste bekannte Darstellung der heiligen Henubake des Gottes Soka eingraviert. Aus Gefäß in Schriften der Gräber von Aha und der Königin Naotep geht hervor, dass diese Königin während der Regierungszeit von Aha verstarb und dieser das Begräbnis arrangierte. Die Auswahl des Friedhofs von Nakwada als Ruhestätte legt die Vermutung nahe, dass Naotep aus dieser Provinz stammte, und stärkt die Darlegung einiger Ägyptologen, dass sie Ahas Mutter gewesen sein könnte. Außenpolitik in Schriften auf Elfenbein Tefelchen aus Abydos legen einen Krieg gegen die Nubianal. So nennt ein Jahrestäfelchen explizit das Schlagen der Nubier, Aha entsandte außerdem mehrere Expeditionen in den Libanon und nach Palästina. Bei Onbesor im Südwesten des heutigen Israel fand sich die Ruine einer Bastion, die aufgrund von Keramik- und Elfenbeinfunden in die frühe Erste Dynastie datiert werden kann und möglicherweise unter Aha errichtet wurde. In Ahas Grab wiederum wurden Gefäßfragmente mit typisch palästinischem Dekor gefunden. Grabmal Das Grab von Aha liegt in der Nekropole der Könige der Erste Dynastie in Abydos Ummlquab, Nummer B10-15-19. Die Gräber sind rechteckige Kammern im Wüstenboden, die mit Lehmziegeln abgestützt wurden. Die Gräber der Nolte Dynastie hatten zwei nebeneinanderliegende Kammern, während das Grab von Aha drei wesentlich größere umfasst. Der Grund für diese seltsame Grabarchitektur war, dass es damals noch schwer fiel, große Decken über den Kammern zu errichten. Holzbalken für diese Konstruktionen mussten oft aus Palästina importiert werden. Eine neue Sitte kam noch hinzu, die mit Ende der Erste Dynastie wieder unüblich wurde. Mitglieder des königlichen Haushaltes wurden zusammen mit dem Pharao bestattet, nachdem sie zuvor wahrscheinlich anlässlich der königlichen Beisetzung getötet worden waren. Unter den Begrabenen befanden sich Dienstpersonal, kleinwüchsige Menschen, Frauen und sogar Hunde. Im Falle des Aha wurden insgesamt 36 Nebengräber in drei parallelen Reihen angelegt. Als Symbol des Königtums wurde dem Pharao auch eine Gruppe junger Löwen mitgegeben. Unter Aha wurde die Königsnekropole von Sarkara begründet, da unter ihm dort ein mastabaförmiges Zweitgrab anlegt wurde, mit den Maßen 41,60 Meter mal 15,55 Meter, was in ägyptischen Ellen eine Breite von 80 mal 30 Ellen ergibt. An jeder Längsseite befanden sich neun Nischen in Palastfassadenstil und an den Schmalseiten jeweils drei. Im Norden der von einer Ziegelmauer umschlossenen Anlage befand sich ein Kultbezirk. Es handelt sich um eine rechteckige, festungsartige Anlage, in der vermutlich die Totenfeierlichkeiten stattfanden. In diesem Bezirk ist laut Rainer Stadelmann ein Miniaturmodellbezirk eines Palastes sowie eine Bootsgruppe gefunden worden. Des Weiteren befanden sich in dem aus Ziegeln erbauten Bezirk Ablaufbecken, die auf einen Opferkult schließen lassen. Durch die Erbauung eines Gutes zur Versorgung mit Opfergütern Nahes Akara gründete Aha eine der Siedlungen, die im Laufe der ägyptischen Geschichte zusammenwachsend die Stadt Memphis bilden sollten.